kein schein ach der arsch juckt ich sollte einfach meinen reisekoffer mitnehmen macht doch hast wohl noch so einen zwischenkoffer aus dem switch rausgeholt meiner switch steckt noch irgendwie kommt die bösen pavianen lachen mich aus die säge ich gerade bei den pavian ich muss noch ein treffer landen dann sind tot dann geht es ab in welt 4 gott das wird so eklig die ersten drei welten waren schon da kommen noch drei ja 135 okay das ging wieder sehr schnell dies gerade war mach mich stolz und gibt mir die syncro die ich brauche ja gestern in shiny ente heute schon wieder ein shiny ente diesmal in omega rubin okay ich brauche mein stift stift ist am start so mädels dann lasst uns mal schauen das wird jetzt schwer das vieh zu fangen fangkraft geht nicht ne naja wir probieren wir probieren was geht also zuerst eine donnerwelle zur not habe ich einen meisterball ich weiß halt nicht wie viele api der in dem spiel hat ne party danke tamara für die bits vier bits in vorder disneyland cool gerade war es verwirrt mein plan ist gerade nicht so gut okay aber es funktioniert erst die z schreien wenn es drinnen bleibt und wenn sie gut gewirkt hat vor allem ich komme schon wieder durch das sind da los ist kein stamm vor wie viele ap hat das nicht viel oder wirst du nicht mehr vorwärts kein krit also das gerade macht einen ganz guten job ich glaube das ist auch von tamara das ist das kürl ja was ich für kriege gigas hatte so nächste pokémon rufen klar so als nächstes brauchen wir ich brauche nämlich ein kp auf den fiel ok leute trugschlag meisterball los noch nicht das ist halt mein letzter ich werde das mit dem trugschlag nicht hinkriegen wenn wir pech haben läuft es wirklich auf meisterball hinaus weil er noch flammen flammwurft macht der sack stirbkartoffel und das war ein kritzer da jetzt macht er wieder stamm vor ich habe noch drei kp habe ich irgendwie eine top genesung oder so ich habe einen hyperdrank gut hyperdrank los kannst du auch welche geben ja gut probieren es trotzdem erstmal muss ja nicht immer alles im meister bei sein wenn ich merke mir geht der arsch aufgrund der es werfe ich ihn natürlich aber jetzt brauche ich erstmal diesen einen kp gut die parra kommt durch sehr schön gut und trugschlag so das müsste passen und jetzt kann er gefangen werden alles klar es läuft im spiel noch ein bisschen anders mal schauen wie das hier so ist primärball mein anderes menschen ist auch moment primär voll geblieben das waren so cool als ob motto scheint zum zweimal gewackelt ok bedeutet mal denn der notflux bald geht auch du müsstest eine weile aus halten bedrohung das hätte ich vorher mal machen müssen so wegen feuerzahn nochmal primär weil Oh, diesmal hat er nicht gewackelt Hi Filinara, guck mal, Shiny So Nochmal, Primärball Ja, nein, wie knapp, scheiße meiner, holy shit Komm schon, ja, 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 ich hab's, nice, verzweifler Go, Primärballball Ja, sehr schön Okay, jetzt muss nur die Synchro wirken Bitte, 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 dann sind wir nämlich fertig mit dem Tee Bitte, 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 bitte Wo steht's denn? Das ist hart, das hat geklappt Ja Hype, Leute, Hype Wie geht's denn? Vielen Dank.